Bei Holy Hedges nächste wöchentliche Herausforderung Woche 6 der Herausforderung ist da und ja Freunde ich zeige euch wo sich diese Sofortgegenstände in Holy Hedges befinden lasst auf jeden Fall sehr 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 gerne ein Like da und wenn ihr neu auf dem Kanal seid lasst sehr gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke ich helfe euch bei allen Herausforderungen zudem checkt auf jeden Fall das letzte Video ab denn Freunde am Wochenende starten wir zusammen mit der Community ein kleines Turnier dort kann jeder mitmachen also checkt auf jeden Fall das Video ab so Freunde in Holy Hedges und zwar das nördlichste Haus ich zeige euch das gleich nochmal auf der Karte das nördlichste Haus dort seht ihr hier befindet sich dieses Kohl hier das könnt ihr einfach aufsammeln bzw. oder auch direkt verbrauchen ich glaube das müsste jetzt hier auch funktionieren ja gut jetzt also manchmal nimmt es auch Schild auf im Moment jetzt nicht warte wir können mal einen Moment Freunde so wir können uns mal ein bisschen Fallschaden zufügen ich hoffe das funktioniert so und wenn wir jetzt hier die Kohlstücke essen seht ihr oben links verbrauche sofort Gegenstände bei Holy Hedges hier oben auf der Karte ist das markiert das nördlichste Haus dort befindet sich dieses B hier und ähm ja davon könnt ihr einfach diese Kohlstücke hier nehmen gibt insgesamt ähm also eigentlich gibt es auch Schild aber ja keine Ahnung manchmal spinnt das ein bisschen dann gibt das nur Leben ähm ja aber ich werde jetzt nochmal hier zack 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 hoffentlich sterbe ich nicht aber gut gemacht so und wenn wir jetzt das ganze Kohl hier nehmen zack unten links seht ihr wie die Leiste richtig schön hochballert und oben links seht ihr dass wir jetzt insgesamt schon 8 Stücke genommen haben nehmt einfach 10 Stück davon dann habt ihr die Herausforderung geschafft ganz ganz easy das war's auch schon wie gesagt lasst euch ein Like da abonniert und aktiviert die Glocke hier ist jetzt auch der Gegner naja gut ähm hier ist nämlich auch noch ein bisschen Kohl Freunde wenn wir das jetzt hier nehmen oh Achtung das brauche ich wieder ein bisschen muss mich wieder hochbauen ey ah jetzt kann ich es wieder nehmen Achtung Freunde oben links sie haben genau 10 let's go let's go Freunde da oben links seht ihr es da habt ihr auch noch gesehen ah überfahren ich wollte überfahren ach du meine Güte also Freunde bei dem nördlichsten Haus oben und bei äh bei dem Haus hier befinden sich Kohlstücke nehmt es einfach 10 Stück dann habt ihr die Challenge ganz ganz easy geschafft ich hoffe es hat euch geholfen bis zum nächsten Video haut rein ciao